Boah, das sieht ja richtig süß aus, meine kleinen Bäckchen. Ich möchte euch etwas vorlesen. Der menschliche Körper ist ein biologisches Wunderwerk. Die Autorin ist Dr. Doris Wolf. Oh, jetzt krümmelt meine Maske, sowas Blödes. Also fangen wir mal an. Die unglaublichen Leistungen unseres Körpers. Wussten Sie, dass die Nervenzellen unseres Gehirns, würde man sie nebeneinander legen, ein Kabel von 100.000 Kilometer Länge ergeben würde? Wussten Sie, dass es kein altersbedingtes Nachlassen der Lernfähigkeit gibt? Wussten Sie, dass das Herz in einem durchschnittlichen Leben etwa 400 Millionen Liter Blut durch den Körper transportiert? Wussten Sie, dass das Herz etwa drei Milliarden Mal im Laufe eines 75-jährigen Lebens schlägt und das oft völlig wartungsfrei? Wussten Sie, dass unser Körper aus 100 Billionen Körperzellen besteht, die miteinander in Verbindung stehen? Wussten Sie, dass unser Gehirn aus ca. 100 Milliarden Nervenzellen besteht? Wussten Sie, dass unsere Lunge mit mehr als 300 Millionen Bläschen eine Oberfläche von 100 Quadratmetern hat? Wussten Sie, dass in dieser Sekunde über eine Million chemischer Reaktionen hinter Ihren Augen ablaufen, während Sie diese Zeile lesen? Wussten Sie, dass unsere Fingerkuppen Höhenunterschiede von einem hundertstel Millimeter wahrnehmen können? Wussten Sie, dass die grundlegenden Stimmungen wie Freude, Trauer, Wut, Angst, Ekel und Erstaunen auf der ganzen Welt von allen Menschen mit dem gleichen Gesichtsausdruck mitgeteilt werden? Wussten Sie, dass wir zu 75% aus Wasser bestehen? Wussten Sie, dass unser Körper jede Sekunde etwa 50 Millionen neue Zellen produziert? Wussten Sie, dass die elektrischen Impulse in unserem Gehirn mit einer Geschwindigkeit von 350 Kilometer pro Stunde durch unsere Nervenbahnen rasen? Wussten Sie, dass unsere Blutzellen nur ein hundertstel Millimeter groß sind? Wussten Sie, dass unser Körper täglich 200 Milliarden rote Blutkörperchen verliert und ersetzt? Wussten Sie, dass jeder Quadratzentimeter Haut, Millionen von Zellen, Schmerz, Druck und Temperaturrezeptoren 15 Talg, 100 Schweißdrüsen, 4 Meter Nervenhase und 1 Meter Blutgefäße enthält? Diesen Satz musste ich zweimal lesen, um erst mal zu verstehen. Wussten Sie, dass bei einer Ejakulation etwa 400 Millionen Spermen austreten und jedes Sperma den Bauplan für einen anderen Menschen enthält? Wussten Sie, dass unser Gehirn Daten von etwa 30 Millionen Gigabyte speichern kann? So viel, wie auf die Festplatten von 300.000 handelsüblichen Computern passt? Wow, ich bin doch nicht so doof, wie ich dachte. Wussten Sie, dass die auseinandergefalteten Schleimhäute des dick- und dünndarms eine Fläche von 200 bis 400 Quadratmetern einnehmen? Wussten Sie, dass der Darm eines 75-jährigen Menschen im Laufe des Lebens etwa 30 Tonnen fester Nahrung verdaut hat? Donnerwetter! Und jetzt kommt der Satz, worauf es ankommt und warum ich auch diese Gesichtsmaske trage. Ihr Körper leistet Unglaubliches. Bedanken Sie sich bei ihm, indem Sie gut für ihn sorgen und ihn liebevoll behandeln. Dann werden Sie lange Freude an ihm haben. Und jetzt werde ich mal diese Gesichtsmaske abwaschen. Ciao, ciao! Ciao! Ciao!